da kannste smoken als verteidiger bekommt was wir haben hier gesmoked danke verschiebt schon mal kommt aber nix stopp nicht dann aber mittel sahen mittel die gehen über short 3 kommt bombe liegt arm bin überloch einer ist uns dort einer ist mit einer short oder mir erländet bei uns einer schoss auf den eines katastrophen ja klar scheiße wo ist ja schön einer macht nicht und noch mal die views gerettet prima und der andere ist selbst sogar kaufen wir ja klar es war fehler einen lokal hat das gedroppt ist wächst mit mitte im loch anders kurz noch einer kurz dann gehen die alle kurze und daneben wenn er wollte wenn ihr habt ich habe eine bombe bei uns einer ist noch kurz bei kurz hauptsache ein genaded doch lol hat er sich geholt gegeneinander geobst richtiger fanboy so heftig kam auch von der youtube channel oder was ich glaube irgendwie so oder facebook fand er mich voll geil das mal 2 auf long 3 auf 4 auf long 4 auf long jetzt machen wir dann machen wir mal eine rache mit dem lo vielleicht mal mit ja lang hat mich vielleicht ein das neue lagen zurück ja auch einer uns port sein schon dann gehe ich wieder mit dann kommt wenn sie schlau sind verschieben jetzt auf bombe doch mit dem liegt mit der was passt war nicht weit in die gleiche richtung denn aus dem redest du leo mitbewohner robin kann ich gern zuschauen wenn man kann ich gern zuschauen ich habe nur gerade ein klaren wo er kriegt kein geld sonst kannst du ja ewig dein team tollen noch nicht einmal auf bg ja ich heute meine branden leuchten aber legen auch kein diffuser waren ganz schön schnell noch ich habe vorhin das zwei mit link gespielt wahrscheinlich hat er den gesagt steven spielt auf b deshalb kommen die nicht her wo ist die bombe haben wir es kurz kommen alle mit auch aussieben ich bin wieder auf b durch katas die gehen auf b glaube ich muss mal kurz rein b ist auf jeden fall einer und die bombe der erste angegangen b ist eine also katas b letzter ist link der hinter katas links rechts der ist nach rechts ja heizigen haare ins gesicht jetzt hole ich mir meine haare ich hab endlich geld ja dann geh du mitte ich mache alleine b erst mal bleibt dann oben am loch dass wenn sie wirklich krass pushen oder nicht bleibt doppel dass das sind sie krass pushen dass ich mich zurückziehen kann ja mitte kommen mitte alle nö 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 n letzte wird dann blend auf long das ist der spaß die sein daten wut hängt also die sprung nichts wo er denn jetzt sind dann geht man auch schon wieder eine bombe liegt auf kurze prüge ich gerade soll ja ohne bombe wo war es in der katas und zwischen t spawn sich versteckt ach ja was für ein wort er macht eigentlich nicht mal wirklich einfach sehr langweilig ist eigentlich wirklich nur außer leo und nogge auf kills warten hauptsache nicht letzter mit schlechter wie der schlechter hat den maul jungen machen und nix damit ich wegschnipen kollega es ist so schön wie es immer wieder ein steven wo geht was in der mitte hat einer der ist aber wieder zwar lang der hat sich durch die wand was dann dreht euch halt mal war doch ganz woanders wort erst kurz mit bombe 3 und 3 bombe short ganz klar alter bombe rent bombe kommt wieder immer noch short war der zu zweit oder alleine alleine er wird aber vermutlich mal so die werden auf b gehen eigentlich ja war schließt immer noch wenn er das bleibt auch noch hh die sagen der rhetoriker ist echt nicht so gut omg ding point wo sie recht haben und wenn ich mal bitten einer auf b rüber so ding ja einer kommen noch kurz raus haben wir auch noch sieben sekunden acht pack einer ist kurz an das b nur heute noch kurz und schon kurzes laut alter was für nun fenster die nahe ich will mir jetzt mit dingen wie heißt sie denn soll ich mal habe ich gibt in m4 okay der auto knipse ja aber nee ich will mir auch besser wenn ich alleine auf spot bin der captain caps der war gut tobi der captain caps kenne ich nicht caps lockt captain caps lockt ja und was ach so okay das war es schon ja das war es aber war ein guter konter wollte ich damit sagen die brauchen wir uns gesmoked was ist mit denen los dort zwei sind tot die wollten mich fest kurze habe ich was gesehen ey warum kommen die nicht b keine ahnung ja ich wollte die los schreib mal in den chat es gibt auch noch b sorry sag mal können wir auch von die arme zu fressen eine noch mit video da durfte kurz waren wer leo ist erst best tschüss! Salute! Messe. Egelhaft. 7-0, euter. Auf das zwei. Ich hasse sie auch trotzdem, sie macht mir wenig Spaß, muss ich sagen. Ah ja, das zwei immer noch, also. Nach längerer Abstinenz, ich hab immer noch Spaß. Abstinenz. Hey, wie dumm sind denn die, Steven? Ich will jetzt auch mal mit. Hey, ich lache, da wackelt mein Fagenkreuz. Ja, ich lebe sie auch so. Ach, schön, dass das alles recorded wird. Noch wieder jemand mit der... Er ist der Meinung. Der ist jetzt tot, also den letzten wissen wir noch nicht. Mitte hat mich geflasht. Da wird es mich rushen. Ey, dass die wirklich freiwillig ständig in der Mitte rumkam. Toll, alter. Deo, ich... Ich hau dich um, ich hau dich um. Nein, Mann, ich hab mich über den Taser in da an. Ja, natürlich. Ich messe nicht, ich tasse. Cool. Ich warte es drauf, ich will einen Link tasen. Das wäre natürlich das größte, Alter. Ich bin gar nicht demütigend, ja. Ich bin gar nicht demütigend hier. Deswegen. Ich hab ja wenigstens aus Respekt auch mal... Ja, kurz ist einer. Ich hab sie nicht gesehen. Nun gerne das in der Mitte rumcampen. Ach was, warte mich echt. Julio? Kurz. Ich bin überblind. Bombe liegt. Ihr habt uns schon. Die Bombe vielleicht runtergefallen? Richtung CT oder liegt kurz? Boah. Richtung T. Oh, der letzte auscampen. Kommt jetzt short geruckelt. Der kommt short geruckelt. Der kommt short geruckelt. Der kommt short geruckelt. 230er Ping, Alter. Einer sollte mal B schieben. Ich schiebe B. Nee, 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 Bombe ist doch droppt. Toll. Ja, hat sie jetzt. Jetzt hat er. Der kommt dann da her. Hm, nö. Bombe liegt hier unten, Mann, Alter. Was für ein Honk? Der ist mitte noch hier. Der war grad mitte unten. Rechts. Rechts. Nein, nicht so weit rechts. Da, wo die Smoke ist. Der ist rechts rüber gepusht, ja. Das war auch nur noch einer. Ich hätte gezoist noch. Alter, ich hätte messen können. Aber der hat schon in meine Richtung geschaut. Der hätte mich, glaub ich, gesehen. Ich hätte es vermucht. Die Frage, ob er dich dann auch noch trifft, ne? Ich hab noch nie in meinem Leben so viel gekauft. Nades, vier Stück, Zeus. Na gut, Zeus ist ja auch noch mal ein Slot mehr, ne? Geh in Richtung A, habe ich eingesehen. Kurz. Mitte. Da bin ich rushen, der Wechsel. Nein, ich werde gepusht. Ach, kommt. Ja, alle auf B, alle auf B. Geil, oder das? B, ganz ehrlich, lern mal spielen. Ja, sorry. Ja, sorry. Nachdem sie nie gekommen sind, habe ich jetzt gepusht. Sei halt mal ein Profi. Sorry. Meine Fresse. Sag halt, wenn du stirbst, wo du bist und gut isst. Jo, jo. Einer noch Cutters? Cutters down. In der Ecke steht nur einer. Der Nogi, der hält der durch, bis er umsetzt. Aber Vollgas. Wie ich den B-Rush einfach mal mit der Aave cleere, ja. Haben halt also schon wenig Chancen, ja. Ich kann mich ruinieren. Hier kannst du nicht tot sein. Davon gehen 5 Runden auf die AWP. Ey, 22, 1, 3. Das ist schon fies. Hör mal auf, Steroide zu nehmen. Flash bei mir. Ja. Ich fahr rüber. Bombadon B. Loll. Verdammt nade. Hammer. Da war noch einer links, Steven. Da ist der Zeus. Kannst du nicht aufnehmen, Madik. Hast du nicht einfach schon einen? Ne. Obwohl. Ey komm, Zeus ist das Standort. Leo, wie war das? Es gibt immer einen, der das ganze Team carriert. So komme ich mir gerade vor. Ja. Es gibt's doch nichts zu carry'n. Kommt einfach nur nie bei uns. Wir rennen wir alle ins Visier, ja. Ist ja auch gut, wenn sie jede Runde die AWP facen. Geht da was Nogi? Ja. Ich wette, gleich kommt hier schon wieder jemand in mein Visier. Jaaaa, ich hab einen gefeuert. Einer ist du. Ruhe. Tag. Noch einer Mitte. Zwei. Oh, da gibt's schon TK. TK mit der Zeus. Zu cool. Wundert's, dass der Linkpoint das so lange mitmacht. Ey, man, der hat gestern auch mitgemacht, gell? Eigentlich nach gestern muss er doch eigentlich wissen, dass da nix geht. Oh, 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 oh. Die sind böse. Ich glaub, wir haben gewonnen, ja. Tja. Das war ganz schön langweilig. Ich wollte nur sagen, das ist eines der langweiligsten Spiele, die ich je gespielt hab. Da hast du ein 16-0, mein Freund. Ja, aber doch nicht so. Sag so, was nicht gleich verlieren war. Ja. Erstens das, außerhalb ich hab mir die schon ernsthaft erspielt. Oh. Zehn Runden ohne zu sterben. Lass mich in Ruhe. Toki gibt mir noch mal nen Headshot, das darf ich noch einen Kevlar kaufen. Ach, da stirbt er ein bisschen. Ich hab auch ein Hobby. Müssen wir's testen. Mit so nem Scheiß verplampern wir unsere schöne Zeit. Echt zu red, ich lieber ne Runde gelollt. Ja, krass, krass. Ja. Ach komm, Alter. Weißt du, bei mir kommt nix an. Richtig mal. Ah, geht einer? Okay. Die sind einfach nur noch rushen, ja? Ja, wir rushen die gerade eigentlich. Ey, war mein Tracer. Oh, das war's schon, oder? Oh. Oh, das hätt ich noch Stunden machen können. Revive, bitte. So. Kann ich nicht die Pistole holen, Leute, sonst wird's schwierig. Stopp.